Ich finde das immer noch so geil. Wird gerade noch einer geschrieben, ja wann wann darf man das treffen? Vor einer Stunde haben wir angefangen. Nur YOLO wieder. Ich bin der Waschbär und ich bin der Waschbär. Wie das Rennen heißt, dann wisst ihr Bescheid. Der Last Hip Standing. Wie das Rennen heißt. Alles Last Hip Stand. Die Mainz beste Team. Wir haben einen. Wir haben einen. Ihr gewinnt nicht. Mit Gummi oder YOLO. Der ist ja klein. Was willst du machen? Der Mann ist vorbei, der darf eigentlich gar nicht mehr rauskommen. Mit Gold. Interessant. Mit Fotos, ach du Schande. Das wollte ich auch nicht testen. Das wollte ich auch nicht testen. Kann man hier drauf fahren? Wow. Und was machen wir jetzt hier? Achso. Oh krass. Die Roten sind schon raus. Ich verstehe nicht so gar nicht. Ich kann nicht was wir machen sollen. Wir. Nein. Nein. Und weg. Schaut euch runter. Das sind welche sehr ganz viele sind raus. Tippe die kommen. Ich bin unten. Nein. Bleibt Last Night. Jawoll. Wir haben viele. Ich bin auch unten. Gebietsüberschreitung. Oder hier wieder rein. Ja. Oder hier. Oder hier. Ich bin schon raus. Besucht auf die Gebietüberschreitung. Irgendwann. Nice. Ich glaube wir haben gewonnen. Ich glaube auch. Ne, da oben kommt noch einer. Der ist noch gar nicht drin. Wir sollen mal runterkommen. Sind die auch Gebietüberschreitungen da nicht? Ne leider nicht. Das ist denn das. Oh. Die Olo. guter plan über den johle über dem die ganze zeit sprechen ist der johle pixel das auto explodiert dann kann ich ja gar nicht zu gucken wie ich habe gerade einen aus meinem team getötet aber einfach nur hat auch noch 16 sekunden das der johle der arme johle Weil... YOLO-MATSTATIC! Weil du hast zwischen YOLO und YOLO eingesetzt, weißt du? Das ist dann passend. Achso, übrigens, meine Zuschauer, fertig. Ich wüsste, was ihr mit YOLO auf sich habt. Schaut mal die Folgen von vorher. Nur mal so. Abonniert den alten Kanal, äh, den Kanal, alter. Oh, jetzt wird er handkräftig. Oh, wow, wow. Geh mir doch mal einen TS in seinen Channel und sag ihm, dass das noch nicht so geht. YOLO? Zei... 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 zei's doch auch mal. Bitte. Das... das geht doch nicht, dass du sowas ins Chat schreibst. Wir gucken... wir gucken nur Minderjährige zu. Ja, selbst Medaillet ist 13, Alter. Ich hab den Mund mit YOLO auswaschen. Unten geht's grad so ab. Was hast du? Jetzt hol der YOLO in der Channel. Ist der jetzt so am Ragen da unten? Ich geh nur rein und sag YOLO. Und der ist schon so Halsmaul. Aber ich hab ihm gesagt, dass es nicht geht, weil wir auch Minderjährige Zuschauer haben. Die Ausdrucksweise, die geht dann gar nicht, weißt du. Hat er gesagt, ja, ja. Oder irgendwie sowas oder alle haben Lachflisch gehabt. So was trau ich ihm aber noch zu. nie warum hast du in der anderen Seite hier noch verschwunden. Yellow. Ich kann mich gar nicht drüber drehen hier, Tobi ist hier, Tobi ist hier, Tobi ist hier, ja ich bin schwarz, also wir mussten hier weißen, ich bin schwarz Ja irgendwer fährt rückwärts Nein Tobi hat sicher auf mich geschoben Au Ja komm weg 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 Ey guck mal, jetzt schält er deiner Yolo auf eine andere Art und Weise geschrieben Nein Ich hab uns angefallen Oh manchi Yolo Wo ist denn der Neon Pixel? Wie sieht's nach oben aus? Alles schwarz Lass mal unten flügel Cartlon Okay unten flügel, aber ihr seid ja alle drinnen, ne? Hier ist hier Hier sind etliche rote Ofen Hier neben dir Ja okay, wir prügel uns Nein Er fährt nochmal über mich, der Spaß Nein Komm mit dein Ernst Mein Ernst Mein Ernst Mein Ernst Richtige Pussy Schreib mal Hashtag Hiro Pussy Hashtag Hiro Pussy Und Hiro Cheat hat nicht vergessen 5 Dollar hat sie Genau Nice Cartman gibt dir jetzt, na doch nicht Er steht einfach im Auto Ist denn überhaupt noch jemand von uns oben? Keine Ahnung Er muss glauben Nee Das ist ja auch Wart und wir haben gewonnen Wer ist noch oben? Blau ist oben Dann haben wir wieder gewonnen In Lappen Blau ist oben, ja Für wen gilt das jetzt, ne? Wir sind alle blau Ja, ihr seid aber rot Ja, bei euch sind wir rot Ja, bei euch sind wir rot Ja, unser letzter ist unten Dom Ja, ja Nein Jolo ist wahrscheinlich das letzte wieder, oder? Nee, Smiley Smiley Noo War noch nett eingeparkt Ich finde das immer noch so geil Mir hat gerade noch einer geschrieben Ja, wann war noch mal das Treffen Okay Sag mal Yolo Sag mal Yolo Kommt ihr ja früh, ne? Hätte ich dumm jetzt schreiben müssen Vor einer Stunde haben wir angefangen Waren ungefähr vor zwei, aber es ist nicht so schlimm Yolo Yolo Ja, mittlerweile Ja, stimmt Aber wir kommen ja nicht ganz gut durch, wenn man so denkt Wir müssen Playlist fast schon durch Ja Hast du noch was anderes geplant? Hatte ich ja nicht, ne? Och, wir gehen einfach wieder Open Lobby Masturbation Maul jetzt? Ey, oder wir gehen einfach Open Lobby öffentlich und zerficken der andere Spieler Ja Ja Dann macht einer, äh, CEO Alle rein Und in einer Geht nicht, es können nur drei rein Ich glaub, dann haben wir gleich die Zeit noch machen Ey, er hat sieben Punkte Vorsprung, Mann Der arme Yolo, ey Der wird so gemobbt Ja, voll mieser Ich wird eingeladen und dann weg So auf jeden Fall nachher mal WhatsApp checken Ja, ja, Yolo Ja, Dominik Aber Dominik, sowas musst du öfters mal machen, das ist voll geil Haben wir letztes Mal auch schon gesagt So, Anzahl der Runden vier Das ist halt richtig viel Mach' wir nur drei So Warte mal, das sind zwei Kilometer Dann wird das extrem Guck mal eigene Fahrzeuge aus Ja, Marich Schemmein eigen Fahrzeuge aus, kommt wichtig Oh nein Doch, Ivo sheetet so ein Ziel Genau Die ganze Zeit war nur Ich brauch ein Skillrennen hier Ja, das sind alles keine Skillrennen Ja, das sind alles keine Skillrennen Wenn du für diejenigen hier reden Ey, guck mal wie du Mistgeburt geschrieben hast Mist, Genurt Zwei Mörder Und Klein Auseinander Ja, vor allem sind die auch in einem Channel Die Leute, die das schreiben Ja, die ganzen Netolani und so Die alle uns bei Yvolo im Channel Ey, guck mal was ich geschrieben hab Du knurrt Du knurrt Was heißt das? Ja genau Ich knurr, er weiß es selber nicht So, hier sollte man den Verlierer nehmen Dann wird jetzt Okay, ich nur den Verlierer Ich hab den verliert Wenn man kein Auto hat, dann nehmen wir einfach mal den Ehm Ehm Kabonichare Ja Ja Nee Ich wette jetzt mal ganz zu Daphiro Oh mein Katz Nee Du winst nicht 5.000, lass mal hin Ich wette mal auf YOLO Ja lass alle mal auf YOLO wetten Jeder wette nach YOLO Wo ist er, wo ist er? Da Nein, wo ist er? Da Ich hab nicht schon mehr hingekriegt Ja Ja Hallo dieser Druck YOLO Summary Ich starte an oder so richtig scheiße bei der Wand Ich weiß nicht ob ich die richtige Kamera Ich starte genau in der Mitte Ich starte genau in der Mitte Ich starte vor mir Auf einmal gehts los Ey, wie es los geht Ja Viel Zeit ey Das klingt einfach schon los Alter Der dreht mich denn Wo geht doch aus dem Weg Was denn wenn du vor mir quer stehst Hatten wir das schon mal? Ne ne Das hatten wir doch schon Neue Al, was ist das denn? Das ist echt wie Trackmania Ja Wenn das Wenn so Trackmania ist Ich kenne das Spiel nicht Dann will ich es Alter meine Steuerung backt Sechster Ja Ich glaube ich bin letzter Okay Ich war gerade jetzt den ersten Dialekt Ja Lass mich überholen Lass mich überholen Brenzhaft Nein Hey, was ist das denn? Ich muss mal respawnen Bist du Elfter oder was? Ja, ich bin direkt hinter dir Ja, ich bin direkt hinter dir What the fuck Ich bin gerade Dann wird es mich wieder überholen Ja Nein Hä Nein Ich bin immer Das ist wirklich gegen dieses grüne Scheiße Dome, hab ich von doch auch gehabt Ach, ich hab ne Hero, du bist 14 da, was ist los? Hey, was ist denn? Mein Auto lenkt immer nach links Und da gibt einfach Gas Und jetzt mache ich nichts Und mein Auto gibt Gas Hallo Hallo Ich mach gerade nichts Und mein Auto gibt einfach Gas Ja, ich hab das soeben Aber soeben Ich hab das soeben Aber soeben Soeben Leicht rammt Ne? Hey, was ist das denn? Hey, was ist das denn? Uiuiui Aber das heißt noch nichts, ne? Also ich hab eben war ich auch letzter Und dann ging es ja mal ab Und dann war es mal die Runde Und dann war es mal die Runde Hey, was ist das denn? Mein Auto lenkt einfach wann es will geht Und dann noch Gas wann es will Hey, was ist das denn? So ein Geier Hä? Wegen Controller hast du? Ach, come on Ich hab dich an Ich spiel jetzt mit Tastatur Nein! Tastatur? Das ist knapp Ja Wow Wow Hat hier ein Glück Ey, die blocken hier alle siebte auf einmal Siebzehnter war ich die ganze Zeit mit meinem Controllerproblem heute, ne? Ja, 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 ja Ist... Boah, dieser Yolo ist am zweiten, ey Als ob Yolo Ich hab verkackt, aber Yolo Yolo, ich spür Nö, ne, oder? Oh nein, ist ja nicht Triple D Oh fuck Ja, ich glaube ich auch über Runde Ey, wie viele jetzt hier sind Ey Wow Oh Oh shit Oh shit Ja Oh come on Geil, ich bin letzter Oh Oh Nice, ey Willst du mich ficken? Keine Ahnung Danke Ja, ich bin letzter Mann Hä, was ist denn? Oh Also Jungs hört einfach nicht, also nicht ihr, sondern meine Zuschauer guckt einfach nicht wie ich fahrt, sondern hört einfach auf die anderen Dann Nein Oh Oh, Alter Bleib einfach mal rumstehen Ja, aber nicht Und nein Ich kriege jetzt gerade schon in OBS eine Meldung, hohe CPU-Auslastung Ich so oft wie ich spawnen muss. Jolo hat selbst was begangen. Ich bin durchgehend am respawnen. Ich hab bis jetzt nur einmal respawnen müssen. Und erster. Ey du Lacker. Ich hab grad ein richtiges Lackern. Kürbel die cheaten. Na ja, der ein bisschen zu steht. Ey, was ist denn hier los? Domi! Nooo! Spritze! Was ist denn hier los? Usa! Wenigstens verstört, wenn ich's mehr Jolo. Ich hab eine Luft getroffen, überschlagen, ne Fasswandel gemacht und bin auf dem Räder gelandet. Boah, Jolo ins Ziel. Boah, ich hab Jolo weggefühlt. Ey, ich komm nicht ins Ziel, Jolo. Ja, aber ich glaub Jolo wird überrundet die ganze Zeit. Ich werd auch die ganze Zeit überrundet. Nee, ich hab den eben überholt, da war ich trotzdem noch dritter. Ich bin dritter. Ab wann kriegt man keine Punkte hin? Ja. Wenn du nicht, wenn man nicht ins Ziel kommt. Wenn du nicht, wenn man nicht ins Ziel kommt. Könnt ihr die alle vom Ziel warten auf mich? Ich glaub ab 15 oder so gibt's auch keine Meinung. Ja, was haben die alle für einen Gewinn? Ich hole gar nicht mehr auf hier. Ja. Ey. Also ich gewinnen gar nicht mehr. Ich bin nur noch in der ersten. Ich hab gerade mal angeguckt. Ich bin am Scheiß-Controller. Sonst wär ich locker noch in den Top 10. Ich hab gerade gehabt. Ich hab eine Fassrolle gehabt. Wir überschlagen. Ich hab nicht gehört. Bei mir nix noch ein Controller. Ja, bei mir nix auch ein Controller. Ja, bei mir nix auch ein Controller. Ja, bei mir nix auch ein Controller. Ja, ich bin jetzt erst in Runde 2, ge? Nur mal so. ich bin nicht letzter wer ist denn so scheiß und verkackt das rtl 2 und ich bin nicht ah nee grüß mich gar nicht und tatsächlich auch auf den geretteten ey alles schön du schaffst das noch so aber nicht vor 20 Sekunden wenn ich jetzt nicht ja komm spawn mal schneller ja mein controller ging nicht wie oft noch wie gut das war wie gut der Noob in den Chat von Elani er hat einfach mal ein um mein controller ging einfach mal nicht aber Yolo ja johle war nicht für mich ich gehe gerade runter in den Channel sagte zu Lani dann ich sage einfach nur so Lani da sagt Yolo schon halt zu überholt da sage ich so zu Lani ja mein controller ging gerade nicht aber Yolo aber ich bin immer noch 8 an der Gesamtwertung was nicht für Dreck ich steig gleich noch ab ja jetzt bin ich neunter ich war mal dritter ja wir haben Lani überholt und verarsche sehr gut ich sag immer Hauptsache vorgeben neunter naja Leute es tut beleid Tate aber mein controller ging nicht nächstes Rennen wird besser seh dann ja morgen nach oben dann für neunter Untertitelung des ZDF, 2020